Herzlich Willkommen bei PULUX in Affoltern Amalbis. Ihr starke Partner für Elektrohaushaltgeräte. Wir führen in unserem Fachgeschäft alle Geräte für die Küche bis zur Waschküche. Unsere Hauptpartner sind die Marken Miele, V-Zug, Elektrolux, Schultes und Jura. Selbstverständlich sind auch Geräte anderer bekannter Hersteller wie Siemens, Gaggenau, Kenwood usw. in unserem Sortiment vertreten. Auch im Bereich vom Weinkühler, Gastro-Kühlgeräte und Gastro-Geschirrspüler sind wir ein kompetenter Partner. Ihre Waschmaschine, Geschirrspüler oder Kühlschrank, egal welcher Marke, hat den Geist aufgegeben? Kein Problem, unser Kundendiensttechniker kommt gerne bei Ihnen zu Hause vorbei. Er analysiert die Störung und berät Sie über die allfällige Reparatur oder Neuanschaffung. Unser PIK-Dienst betreut Sie auch am Wochenende und an den Feiertagen, wenn Ihr Tiefkühler seinen Dienst quittiert hat. Auf Wunsch liefern und montieren wir Ihr neues Gerät, perfekt an seinen dafür vorgesehenen Ort. Wir freuen uns, Sie schon bald für eine unverbindliche Beratung bei uns im Laden begrüßen zu dürfen.